Ob auf einem Leuchtturm oder auf einem Windrad. Nuri Abassi verpasst seinen Kunden ihr Wunschtattoo an den verrücktesten Orten. Jeder, der sich tätowieren lässt, möchte ja eigentlich etwas Besonderes haben. Etwas Einzigartiges, etwas, was es noch nie gegeben hat. Nuri betreibt ein Tattoo-Studio in Flensburg, bietet aber auch Auswärtstermine an. Denn immer wieder hat er 40-jährige Kunden, die den besonderen Kick suchen und sich unter extremen Bedingungen von ihm stechen lassen wollen. Es kann schaukeln, es kann auch mal dazu führen, dass wir vielleicht den einen oder anderen Patzer in das Tattoo einbauen, was ich nicht hoffe. In diesem Hot Rod aus den 50er Jahren will sich Besitzer Frank von Nuri tätowieren lassen, natürlich bei voller Fahrt. Der Ort ist natürlich sehr außergewöhnlich, das ist total geil, finde ich. Wir werden sehen. Das Motiv soll der Hot Rod sein. Nuri verstaut sein Equipment im Fußraum, Strom liefert eine mobile Batterie. Angetrieben wird die Tätowiernadel über ein Pedal und das alles im engen Zweisitzer. Also die erste Einschätzung vom Platz her ist, dass es mehr als sportlich wird. Es ist hart an der Grenze, dass es überhaupt funktioniert. Seit sechs Monaten tätowiert Nuri an ungewöhnlichen Orten. Angefangen hat alles mit einer Kundin, die er auf einem Leuchtturm tätowieren sollte. Die größte Herausforderung ist immer, die Nadel ruhig zu halten. Und? Ja, ja. Los. Mit über 100 Sachen rast der Hot Rod über die Landstraße. Dabei vibriert der PS-starke Oldtimer an allen Ecken. Nuri schafft es nicht, eine gerade Linie zu stechen. Kunde Frank fährt zurück, damit Nuri das Tattoo in Ruhe fertig machen kann. Am Anfang, als wir sehr langsam gefahren sind, war das eigentlich kein Problem. Aber es ist so, dass das Auto einfach so krass vibriert unterwegs. Also das ist, als ob jemand die ganze Zeit am Stuhl wackelt. Da ist es dann tatsächlich grenzwertig. Unterwegs wäre es für das Gesamtergebnis nicht so zuträglich gewesen, wenn wir da weitergemacht hätten. Für das Hot Rod Tattoo zahlt Frank 100 Euro. Ist er aber auch zufrieden? Ja, cool. Sieht auf jeden Fall nach meinem Auto aus. Selbst die kleinen Details hier oben am Windschild. Ist doch geil geworden. Für Auswärtstermine nimmt Nuri keine Extragebühr. Der Kunde zahlt nur das Tattoo. Der Preis ist abhängig von Aufwand und Größe. Sina Ewert wünscht sich ein Möwentattoo. Gestochen werden soll auf hoher See bei starkem Wellengang. Das kann passieren, dass er abrutscht. Aber dann hoffe ich, dass er das so gut wieder hinkriegt, dass man es nicht sieht. Oder dass er das irgendwie wieder verändert. Kaum ist der Kutter in See gestochen, schlägt das Wetter um. Nuri braucht jetzt eine ruhige Hand und einen starken Magen. Ich weiß nicht, ob der Wellengang in Kombination mit dem Fastfood vorhin so eine gute Idee war. Und das merkt man jetzt schon irgendwie. Die Nordsee wird immer rauer. Der Wellengang nimmt zu. Immer wieder muss Nuri die Nadel absetzen, um das Tattoo nicht zu vermasseln. Teamarbeit ist gefragt. Hey, gut mitgearbeitet. Jetzt sind wir schon ziemlich weit auf der Nordsee draußen. Da muss ich mal schlucken. Und jetzt geht es schon ganz gut vorwärts. Im Rhythmus der Wellen sticht Nuri zu. Nach etwa zwei Stunden ist die Möwe auf Sinas Schulter fertig. Aber ist das Tattoo auch was geworden? Wir haben es geschafft, trotz widriger Umstände und Karussell im Magen, muss ich sagen. Es hat sich gelohnt. Dann machen wir doch mal ein Foto davon. Et voilà. Si vous plait. Oh ja, sehr cool. Wenn ich mir das angucke, muss ich wahrscheinlich immer dran denken, wie wir beiden hier mit flauem Magen saßen und gehofft haben, dass es alles gut geht. Also allein dafür hat es sich schon gelohnt. Für ihre Möwe zahlt Sina 100 Euro. Den Auftrag Tattoo auf einem Fischkutter hat Nuri trotz Schaukelpartie erfolgreich beendet.